Musik Musik Jeder Tourist, jeder Besucher, der vielleicht auch manchmal voreingenommen in diese Stadt gekommen ist, hat sie nach einem kurzen Besuch wieder ganz anders verlassen. Wir sind vielleicht nicht die Stadt des ersten Blicks, aber die des Weiten. Diese Stadt lebt vom Fluss Oder. Das ist ja auch im Namen sehr verankert. Sie ist überschaubar mit 33.000 Einwohnern, kurze Wege und man atmet Geschichte, aber man atmet auch Moderne ein. Der Bürgermeister macht viel, sehr viel. Und man sieht ja, was hier passiert jetzt, hier alles, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte hier nicht wieder raus. Musik Also es ist wirklich viel mehr kinderfreundlich geworden, wo man vorher kaum Spielplatze hatte. Es sind jetzt ganz viele, wo die Kinder halt spielen können. Es ist sehr, auch dieses Ausländerfreundliches, sage ich jetzt mal, dass wirklich die Kinder bei uns, wo wir, also jetzt bei unserem Aufgang, die spielen mit den ausländischen Kindern. Und dann, da ist kein Unterschied mehr. Es macht Spaß. Ich kam nach Schweden, da sagte ich, naja, vorübergehend. Aber ich habe dann eigentlich nur gesehen, dass hier gute Arbeit geleistet werden kann, dass man hier sehr gut leben kann. Und dass ich auch hier sehr gut lebe und fühle mich wohl. Und da kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen, auch wenn Skepsis da ist, dann sich vor Ort zu gucken, machen Sie mal hier ein Jahr oder zwei Jahre, Sie werden bleiben. Asclepius hat das Krankenhaus weiter nach vorne gebracht. Und wir kriegen jetzt einen Neubau. Und es wird demnächst auch weiter gut, meiner Meinung nach, auch gut entwickeln, dass die Leute hier auch gut und erfolgreich arbeiten können. Also dieses Krankenhaus, das bauen wir nicht ohne Optimismus. Und ich stehe hier seit 2007 dafür ein, dass dieser Neubau fertig wird. Und zwar auch einschließlich Kinderklinik. Wir planen sowas nicht, wir machen sowas nicht, ohne dass wir es auch wirklich wollen. Hier standen mal rechts und links Hochhäuser. Die Straße war hier eingezäumt, nur von Hochhauszeilen. Ja, aber wir haben hier auch teilweise saniert. Wir werden neue Stadtquartiere entwickeln, bauen, so dass die Monotonie, die wir mal hatten, sich sukzessive in eine Vielfalt entwickelt, die doch für jeden Geschmack etwas hat und auch für jeden Geldbeutel etwas hat. So, dass wir doch zukünftig sehr gut aufgestellt sind in dieser Stadt. Inzwischen hat sich ja Schwedt so toll verändert hier. Das Umfeld, wenn man nach Schwedt reinkommt, die Natur, der Blick bis nach Polen. Das positive Gesamtbild in Schwedt, was sich ja wirklich sehr vorteilhaft entwickelt hat. Und einfach die Gemeinschaft auch, gerade im sozialen Umfeld. Also das ist mir unheimlich wichtig hier in Schwedt. Ja, Schwedt für Häuslebauer auch sehr günstig. Eigenheimpreise unter 200.000 Euro. Das Grundstück für 60 Euro je Quadratmeter. Da haben sie schon die oberste Grenze erreicht. Und eben auch sehr günstig. Die ganzen Eigenheimstandorte sind sehr zentrumsnah, nah am Arbeitsplatz. Aber eben auch ein Steinwurf weg vom Nationalpark. Musik Für Kinder gibt es hier in Schwedt tolle Möglichkeiten. Sport und Spiel. Viele Flächen, die Natur. Dazu unsere Musikschule. Meine Kinder können alle inzwischen besser Klavier spielen als ich. So Stadtbücherei mit einem wunderbaren Angebot. Das Theater vor allen Dingen mit eigenem Ensemble. Und alles ganz in der Nähe mit Radwegen, die sich auch nicht besser vorstellen können, in fünf Minuten erreichbar. Musik Wir waren die Ersten, die das Haus mit dem Markenzeichen Uckermark versehen haben. Da gab es die politische Region Uckermark noch gar nicht. Also waren wir ein bisschen Vorreiter. Die Schwedt an und für sich sind sicher kulturfreundlich, sportbegeistert auch. Und wir haben mit dem, was wir hier gemacht haben, ein Stückchen Strohhalm geboten und ein bisschen Selbstbewusstsein bei den Leuten hervorgelockt. Und ich denke sogar das richtige Angebot, auch Nischen gefunden, die bis im Berliner Raum nicht vorhanden sind. Und gerade durch unsere Kontakte zu Polen mit dem Orchester und mit der Oper und mit dem Puppentheater haben wir wahrscheinlich ein so breites Angebot, dass wir das 20 Jahre so halbwegs richtig gemacht haben. Ich bin vor 17 Jahren aus München hierher gekommen und das war natürlich eine weite Wegstrecke aus den tiefen Bayern in den hohen Nordosten zu kommen, die Berge zurückzulassen. Es war für mich eine Herausforderung, eine Pioniertätigkeit hier anzunehmen, gemeinsam mit Menschen, die was bewegen wollen. Ich kann nur junge Leute, junge Familien motivieren und anspornen zu sagen, kommt hierher und lasst uns gemeinsam diese Region weiterentwickeln. Also ich bin aus Schleswig-Holstein und richtig aus dem Norden von Schleswig-Holstein. Und ich hatte natürlich erstmal eine Riesenskepsis. Erstmal wusste ich überhaupt nicht, wo Schwedt liegt. Dann bin ich das erste Mal hier hineingekommen mit dem Plattenbauscham und habe gedacht, naja, also du guckst es dir an. Und mittlerweile habe ich Freunde hier gefunden. Wir machen viele Sachen in unserer Freizeit zusammen. Wir genießen die Natur drumherum. Schreven, Ortsteil von Schwedt, Wohnort des Landrates. Also in wunderschöner Umgebung und trotzdem in Sichtweite nach Schwedt. Ist ein Ortsteil von Schwedt, aber ein schönes Dorf, hat sehr viel Historie. Hier sehen Sie den Dené-Park, also auch mit den entsprechenden Bäumen ausgestattet. Also ein von den nie geschaffener, schöner Park. Musik Mich hat es ja auch in die Uckermark verschlagen. Schon in den 70er Jahren aus Berlin heraus beruflich, weil einfach die Verbindung zwischen Beruf und Landschaft hier einfach sehr schön ist. Und man ist eigentlich so weit weg gar nicht von Berlin, weil die Infrastruktur ist doch so in Ordnung über Autobahn, über Zugverbindung, natürlich auch über den Pkw. Und man ist im Grunde genommen auf der Arbeit. Und wenn man von der Arbeit kommt, ist man in 10, 15 Minuten in der Natur. Musik Wir brauchen eigentlich Menschen, die auch den Mut haben, in einen neuen Raum zu kommen. Hier nach Schwedt, um etwas Neues aufzubauen. Ich selber habe es gemacht vor 16 Jahren. Ich habe es nie bereut. Ich würde die Entscheidung nie anders treffen. Ich bin froh, hier in diesem Gebiet auch weiter tätig sein zu können. Ich habe selber vier Kinder, die alle in Schwedt geboren sind, dort im Klinikum und in Angermünde zur Schule gehen und bin von daher auch selber natürlich daran interessiert, dass wir nicht endlos irgendwo hinfahren müssen, wenn die Kinder mal krank sind, sondern wirklich eben kurz nach Schwedt rauschen können. Und das ist schon ein entscheidender Punkt, dass wirklich auch über diese Versorgung, die ärztliche Versorgung, die ganz wesentliches Kriterium ist, Schwedt weiter diese positive Entwicklung nehmen kann. Musik Ja, wir tun auch einiges für unsere Ärzte. Also wir unterstützen sie beim Umzug, wir unterstützen sie bei der Wohnungssuche. Wir sorgen insgesamt absolut dafür, dass sie sich hier wohlfühlen in unserem kleinen netten Städtchen und wir beteiligen uns an den Umzugskosten. Wir suchen sogar, wenn es nötig ist, für die Ehefrau oder für den Partner einen Job. Musik Wenn er das jetzt hört, der interessierte Arzt, der soll mich anrufen, mit dem gehe ich hier ein Bier trinken und dann zeige ich ihm die Stadt, zeige ihm unser Haus, zeige ihm, wo er sich eine Wohnung suchen kann und die Vorzüge der Stadt, das kann ich alles nicht mit ein paar Worten ausdrücken. Also ich bin Ansprechpartner für einen interessierten Arzt und viele andere auch, aber zu mir kann er zuerst kommen. Musik